Beine weg hier unten, ha ha ha. Einmal reingesprungen, ey. Oh, wieder weg. Oben, runter. Hey, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. Und wir sind wieder mit dabei mit den deutschen Wörtern. Wir spielen Infantry Only und ja, euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir spielen ein, zwei, drei, drei. Wir hören schon, im TS geht's ab und ich schalte einfach dazu und los geht's. Hinter mir, Scheiße. Ich konnte nicht so schnell, ja. Ich bin bei euch im Squad. Immer G rein. Bei G. G oder wo wollt ihr rein? G bin ich rein, ja. Ist alles Infantry Only, ja? Ja. Also nicht mal Helikopter, ja? Nein. Okay. Das war die, äh, kurz. Okay. Ich schlafe mal schnell nach Bravo, wenn ich irgendwie bei ganz woanders gespawnt bin. Ja. Oh, hinter mir. Ja. Kommt der her. Habe ihn, habe ihn. Hier ist ein Medi-Pack. Komm mal. Ja, wir bauen dann hier hin. Ja? Roller! hairsa, einsatz zu ziel. Bravo wurde neutralisiert! Gell, die fliegen ningñe chim. Ok, bravo haben wir. ه.,たま gaffi. Noch mal Gleiche. Ja. Seid ihr immer noch bei G zugangen, oder? Ah, Scheiße! Pass auf, pass auf, pass auf. Hab ich, hab ich. Was ist das? Sack ey. Wo seid ihr? Äh, bei Richtung E laufen wir jetzt. E. Ach und übrigens ist für AMA 3 jetzt auch rasch. Äh. Ja hab ich, äh. Hab ich gesehen bei Moon by Seven. Es lief noch nicht so viele Leute, aber es ist bestimmt interessant. Es ist ein bisschen... Wo ist der 2, ey? Ja, auf jeden Fall cool. Wir haben die Kontrolle über Einsatzstil... Ich bin alleine bei Alpha. Also hier blockt irgendwas immer gelb und... Ja, dann hast du die Rundungsprobleme. Guck mal Windungsprobleme ab. Okay. Neu oder was? Jo. Wir haben Einsatzstil... Steht aber auch irgendwo, was das hier bedeuten hat. Und die sind alle anlaufen hier. Anglaufen, komm. Was wollen die denn alle hier? Boah schmutzig, was die da machen. Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen MG Schützen östlich von dir. Schön, aber gut. Ne, lass mal zurück. Weil wenn die jetzt B, C, dann kommen die jetzt richtig... Siehst du jetzt sind sie nämlich schon bei G. Die laufen nämlich direkt in die Arme jetzt. Ach, scheiße. Drecks nachladen, ey. Hä? Hi, bin schuld. Boah, ich hab's gesehen. So eine Schmute, ey. Warum bin ich jetzt in keinem Team? Was soll die Scheiße? Ich weiß nicht, wie ein Sch... Ja, manchmal fliegt man raus hier. Äh, bist du... Ja, bei G kommen sie jetzt. Wir laufen denen jetzt quasi entgegen. Ähm, ich bin jetzt, äh, im anderen Team. Warum? Die kommen hier auf der linken Seite. Linke Flanke. Schau mal hier links flank. Ich bin hinter dir. Boah, oben auf dem Felsen sind zwei Stück. Wo seid ihr denn? Nachlande. Jawoll! Wir sind gekommen! Ich darf das Team nicht wechseln. Warum switchen die denn immer die Teams? Oh, scheiße. Wo war der denn jetzt? Hinter mir. Ja, hab ich gesagt. Das sind zwei Stück. Pass auf. Scheiße. Oh, ich darf das Team nicht wechseln. Oh, den oberen hab ich gemacht. Der ist mir genau in die Waffe gesprungen. Geil, ey. Oh, ich wollte gerade mal spawnen, ey. An den Containern ist er. Bei F. Vorsicht. Sofort weg. Das ist hast du ihn erzählt hier, ja. Okay. Und Dings auch noch. Boah, das ist ja schmiede. Acht, ey. Sollen wir mal die Zeit. Renn, ey. Renn, ey. Boah. Ich kann kotzen, ey. Dieses geswitchte ins Verliererteam, verstehste? Das ist doch zum Kotzen. Nein, das ist eigentlich normalerweise nicht mehr, weil diese neuen Balancer angebaut haben von hierhin. Also im Original. Ja, ganz super. Der läuft eigentlich auch, aber. Ey, Misch, das könnte ja sogar. Level. Ein. Oh. 26,14 Euro. Wollen wir sie nicht aufreden, ne? Ja, gute, gute Runde. Ja. Hol mich, Sau, ey. 32,5. Ja. 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 Von da. You voice 5000, ey. Hahaha. Mit den Zahlen hast' des immer, ne? Pongo Dongo 3x die 1, das werd' ich nie vergessen, ey. Pongo Dongo 3x... ne, 4x die 1 war das ne? Weißes nicht mehr genug. 아 1, 2, 3, 4. Oh, zaubert. Sehr gut. Jawoll. Die pissen und dann... Denny, wir wollen uns nochmal dieses Arma-Mod-Exil angucken. Ja, können wir gerne machen. Na, ich war auch über das bisschen Arma zu spielen. Ja, und das Rush für Arma 3 würde mich auch sehr interessieren. Ja, ich war auf dem Server, aber da lagen dann nur noch Leichen rum. Und da waren zwei Leute drüber. Okay. Was war der andere Modus? Exil, hören sie nicht? Exil? Ja, das ist Survival, aber ohne Zombies. Achso. Ja, gegen den Player kann es aber Basis machen. Okay. Ich muss ihn mir mal angucken, was man bei Moon Day oder... Ja, schauen wir uns mal aus. Arma 3 ist schon ewig nicht mehr gespielt. Ne, ich auch nicht. Ja. Ja, jetzt wenn wir mal die Paddy-Förder eingebaut, dass er rein ist, sowas kommen, dann kannst du ja auch hinterläsungen machen. Weil nicht mehr so die verbobene Karte rumballern und klicken. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin mal auf die Beta von Star Wars Battlefront gespannt. Und Fallout 4 kommt noch, also es kommen auch viele geile Titel. Was für ein 4? Mach vor. Fallout 4. Ne, ist Single, aber ist halt ein geiles Spiel. So, ich versuche jetzt nochmal euch zu joinen. Team Setup, Team Wechseln. Ihr seid jetzt Russen, ne? Ja. So, wo seid ihr denn? In welchem Squad? Da seid ihr. Ich gebe euch einen Tipp, ne? Beim Laufen, den Kopf mal nach unten, dann geht's schneller. Ja, ja. Ich hole den einen schon ein, da. Das ist auch Infanterie-Oni, ne? Dann brauche ich ja gar nicht hier auf Pionier machen. Dann gehe ich auf Sturmsoldat. Ja, was soll ich mit, äh... Also Minen legen. Ja, was soll ich mit Minen, wenn keine Fahrzeuge sind? Ah, wie schön ruhig das ist, wenn keine Helikopter fliegen. Ja, ja. Infantry-Only scheint gut besucht zu sein, ne? Ja, gibt aber leider nicht so viel. Okay, versuche ich mal gleich hinten nach F durchzuschlagen. Na gut. Warum wir gleich ziehen hier raus? Jo. Hilfe! Einsatzziel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Visiert das Einsatzziel an! Komm rein. Okay, F wird schon eingenommen von uns. Zumindest kriegt's da. Nein. Oh, sauber. Dankeschön. Wir kommen von unten durch. Oh, war tot. Wollen wir ihn mal kurz hinlegen und den Boost anmachen, habe ich vergessen. So. Hast du ihn weggemessert? Ich hab's doch gesehen, ey. Der zack, der hat ihn rumgerissen und... ...der Ding rausgerissen. Bei F wird E eingenommen, das ist E einnehmen, ja genau. Bei F ist sowieso scheinbar. Alter, wie ruhig das ist, wenn keine Panzer und keine Hubschrauber aufliegen, ne? Ja, cool. Ich weiß nicht, ich finde das wäre immer so schlecht. Ich weiß, ein bisschen taktisch musst du da auch vorgehen. Wir sind jetzt bei D. Wir sind bei E. 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 eigentlich geht es ja schon ganz gut, wenn wir das jetzt so halten. Ja, da brauchst du dich, dass es sowieso wieder wird, wenn du kommst. Boah fuck, da kommt einer. Ganz dick bei D komm ich gerade. Da kommen zwei Leute zwischen den beiden Gebäuden. Drei Leute. Ja, oh mein Schatz. Ok, einen habe ich mit der Claymore. Jetzt hier sind die ganze Dämonen. Äh, wo bin ich denn? Da. Eko wird wieder eingenommen. Boah, Nicknack ey. Ja die F2000, die ratzen wir auch ganz gut. Beide weg. Achtung, der ist immer nach oben bei 10. Jetzt ist er weg. Beide weg hier unten. Einmal reingesprungen, ey. Boah, wieder weg. Oben hockt er. Hier unten, unten bei C ist er. Ah, ich hab ihn gesehen. Jetzt ist er weg. Kaum hinterlaufen müsste ich. Schon hinten rein, ey. Dann sind wir beide abgelenkt. Herr Herren, Freitagentziele Charlie. Wurde mentalisiert. Alles klar ey. Zieh draußen aus uns alle. Hä, hinter draußen. Boah, fuck. Und Joe muss ich wieder nachladen. Ey, jedes Mal. Ich versteh das nicht. Konzentrier dich doch mal, Mann. Alter, was geht denn hier kaputt, ey? Komm schon. Ey, zieh jetzt weg. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen. Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert. Kommt einer durch den Keller. Ich hab den feindlichen MW-Schütten in deiner jetzigen Position gesichtet. Oh, lasst mich doch hier rüber. Fuck ey. Oh, die hab ich doch gekriegt. Mit 10% ne, nicht schlecht. Ja, ich wollte nache. Die hat sie aber auch noch schneller. Ich hab nicht Kontakt zu einem feindlichen MW-Schütten. Soldaten, bezüglich deiner aktuellen Stellung. Zieh, Klapper. OB haben wir verloren. OB sieht gut aus. Komm in den Panzern. Vorsicht, da sind einige. Wir haben Einsatzziel Bravo erobert. Wir haben Einsatzziel Bravo erobert. Wir kommen noch zu D. Konzentriert euch darauf, dieses Einsatzziel zu verteidigen. Achtung, Einsatzziel Delta, Vögel neutralisiert. Was denn? Ja. Das war da. Na, Mauern stehen da. Was denn? Wollen wir mal E holen? Weil irgendwie... Wir haben gerade Einsatzziel Alpha neutralisiert. Das ist ein Panzeränder. Komm, verdammt, denk. Wir haben Schilder auch. Denk ist er. Das war da. Das war da. Schiehst du am Schalldämpfer? Schiehst du am Schalldämpfer? Das hier geht auch weg. Das ist ein Panzeränder. Ach komm. Warum die weg? Rausen. 2000, fuck ist das, ey. Hat der dich auch noch weggehauen? Das ist ein Stück Banano, oder was? Nee, der Knickknack, oder wie der heißt. Knickknack, ey. Alter, was geht jetzt denn ab, ey? Oh, schlecht. Kopf nach unten. Krass. Kopf nach unten, ey, so ein Blödsinn. Ja, echt. Läuft das schneller. Boah, ich hab'n Freund schon bald wieder eingeholt. Wir haben gerade die Kontrollung über Einsatzziel Delta übernommen. Ne, Delta ist unser, ist unten bald sie, werden die rumhocken. Ja, guck mal, ich bin schon an Danny vorbei. Ist die Kopf nach unten und dann Vollgas. Nur man sieht nicht wohin man läuft, das ist natürlich nur schlecht. Boah, ein Schuss mit der Aokalu. Ey. So, unten im Keller ist, äh... Einsatzziel Charlie wurde gerade noch relativiert. Ich hab' ihn. Ja, boah, er befördert, sehr schön. Oh. Wir haben die Kontrollen über Einsatzziel Charlie. Hier ein Barsch, nein für dich. Oh, scheiße. Draußen laufen sie rum. Habe ich. Ey, bitte, S-V-Handlung steht vor dir drunken am Tod. Ey, so ein Blut sind du ehrlich. Fuck, 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 das gibt es nicht. Wieso habe ich den Munitionsgist in der Hand, alter? Ey, instant, sag mal... Ah, ich weiß. Unten, unten ist er bei C. Oh, bei C ist unten jetzt... Fünf, sechs Leute sind da. Okay. Lass uns von D aus durch den Keller gehen. Okay. So. Okay. Okay. Voll, sauber. Oh, gut umgeschossen. Der wird wiederbelebt, der andere im Keller. Boah, wo liegt der denn? Sancho Bandano. Bei C Boxtro. Wir haben grade einsatz viel Poxtro. Oh, kümmern sie gleich, zwei Stueger. Ja, ja, latar, latar, latar ... Schön, Speerfeuer Ryan ja. Oh, meilen weg mit C-4. Tau. Guck mal, was hier los ist, ey. Okay. Alter, das gibt es nicht, ey. Jawohl, sehr schön. Mal gleich vorstimmen nach E. Okay. Müsst ihr da gleich Schwachpunkte haben. Oh, die sind aber C. Lassen wir C noch. Die sind draußen. Wo kommt der her? Okay, zwischen den Panzern und beim Container. Wir haben Einsatzziel Delta neutralisiert. Bei D sind sie nämlich schon wieder. Mal zurück zu D. Okay. Das ist das Einsatzziel, das wir anreffen wollen. Das ist das Einsatzziel, das wir anreffen wollen. Ah, genau. Wir haben ein Team Foxtrot verloren. Wir haben ein Team Foxtrot verloren. Oh, Mann, ey. So ein Schweinescheiß von's Kacke, ey. Der hat noch acht Punkte. Ich dreh durch, ey. Acht Lebenspunkte. Ich hätt den so haben können. Nein, ich dreh am Mausrad. Ich Idiot, ey. Jawohl. Wie demlich muss man sein, ey. Scheiße. Ach du. Bei C draußen. Draußen sind sie. Das ist schön, meine Klemmung. Lauf uns zu D wieder. Ah, scheiße. Von rechts kommen sie. Oh, hinter mir. Scheiße. Wir kommen jetzt bei... Von D zu C oben, wo die kaputt vor der kaputt schon ist. Da sind sie. Bist du dir noch? Ah, fuck ey. Boah, die kommt zu C. Boah. Die sind bei C im Zwischengang. Sind vier, fünf Leute sind da. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie verloren. Oh, kommt der da? Ey, wie ist der? Ist der da hochgebeamt oder was? Nicht. Wir sind unten bei C, sind sie. Alles voll. Oh, einer. Ey. Äh, die holen uns Bravo weg. Ey, die sind da nicht echt schickbar. Ah. Wahnsinn. Alter, von wo? Ey, du bist unten. Oh, da stand der hinter mir. Oh, ey. Aber wirklich, Axel, die spielen hier alle nur noch Sturmsoldaten. Pussy-Schwucheln, ey. Kannste Mädchen klasse, ey. Okay, die haben uns alles weggenommen bis auf Delta. Lass uns mal A und B wiederholen. Dass wir hinten safe sind. Pass auf, von vorne. Die werden beschossen, hauen sie weg und haben noch 47 Prozent. Applaus, ey. Genau. Einsatzziel Charlie ist neutralisiert worden. Festlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Schuss. Nach C unten. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie. Guck mal, der springt drunter und holt zwei Leute weg. Im Sprung. Es ist lächerlich. Westlich deiner jetzigen Position ist ein feindlicher EMV-Schüsse. Es ist... Oh, komm, ich hab auch keines mehr. Boah, jetzt sind wir mal locker, ey. Jetzt sind wir wieder Zug. Nee, das geht gar nicht, ey. Das ist... Dreck ist es. Alle unten drinnen, da im Zwischengang, ey. Ja, alle. Pausenbrot fressen. Westlich deiner jetzigen Position scheiden feindlicher EMV-Schüsse zu sein. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha. Einsatzziel Delta wurde neutralisiert. Da sind sie auch ums Eck. Hinter uns, hinter uns. Macht der, die auch? Blakomaten da hat. Fuck, zwei Leute holen sich A. Ach scheiße, Mann. Geht doch etwas schneller, los geht! Pass auf Florian, hast du ihn gesehen? Nein. Wir haben gerade Einsatzziel Alpha verloren. Kommt noch einer raus unten. Hab ich. Pass auf, der ist an der Flagge jetzt oben. Jetzt geht er wieder runter. Oh, scheiße. Oh, da hat er gesessen, Mann. Den siehst du auch nicht, ey. Ey, sag mal, die treffen aber auch. Da, die hab ich erwischt von hinten. Alex. Hä? Von hinten kam jemand, hab ich immer platt gemacht, die Sauer, ey. Das war sehr schön. Geh rein. Boah, alles voll. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Alles voll. Was auch? Was auch? Alles voll. Alter, Alter, Alter. Die sind gerade beraten. Ich hab uns reingekluckt, ey. Wir haben bestimmt 500.000 Schüsse kamen da auf mich zu, du. Das war so ein paar Loverne, ey. Wir haben 100.000 Schaden, das war die 4.000. Ach, da hinten ein Registrier. Alter, das ist ein Geballer. Wer ist das ein Geballer, Jun? Was jetzt? Oh, wo war der? Von allen Seiten, hier kommen die wie die Kanalraben, ey. Jetzt kommen sie von oben, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wann komm, König, der 86? Hast du dich selber erschossen? Ja, da stand so eine Gasflasche. Geht das denn? Ich glaub, das sind alle. Bei den Teals, ne? Mit der RPG, ey, du Schmunz, ey. Das gibt's gar nicht. Der Rodelei. Alter, ey, wo war der denn jetzt, ey? Der Rodelei. Der RPG rum, ey. Fasske. Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen LNG-Schütz. Es liegt in der jetzigen Position. Die neue Granato! Achtung! Alle haben die Stiltator verloren! Das ist nicht gesehen. Ich bin aus. Da ist der Rode. Ich bin aus. Der Rode. 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 Ah! Hinter mir war er. Zwei sogar. Drei! Alter, vier! Was ist da los? Oben, oben ist er. Zwei hab ich. Das ist noch einer. Oh, der Pressen ist er. Der Rudelife, der Rudelife. Oh, ich hab hier irgendwas gerade gedrückt, was ich nicht mehr machen kann. Ja, jetzt hockt er oben auf dem Dach, hockt er. Zwei Stück springen runter. Drei. Einer ist runtergesprungen. Nein, falsche Tassen gedrückt. Scheiße. Alter, weil die ist gerade richtig weg. Oben hab ich. Pass auf, Danny. Ja. Das muss eher kommen, bitte. Ja. Ich hatte erst einen gesehen und dann kam der ganze Hode an. Ja, scheiße. Okay, die holen sich C. Dann können wir zu T gehen. Ich mach Ärger unten bei C, dass sie abgelenkt bleiben. Hinter uns. Hinter mir. Ich weiß nicht, von dir ist ein feindlicher AG-Schütte. Eine kleine dreckige Sau. Oh, hier oben. Komm. Komm her. Oh, scheiße. Nein. Erst Gegner erledigen, dann wiederbeleben. Der Ruxli wie er. Wir haben die Kontrolle über Einsatzstil... Ich bin nicht, Bitch. Hier, hör. Einsatzstil-Fortstart wurde das... Ich bin nicht. Ach, komm. Greift jetzt das Einsatzstil an. Oh. Ich hab Schichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schützen. Östlich, deine aktuellen Position. Wo war das? Ach, in dem Haus. Alfred, Bitch, komm. Bitch, komm. Hier, im Balkon auch, oder? Wir haben Einsatzstil-Fortstart erobert. Alfred, Bitch, komm. Wir haben gerade Einsatzstil-Eco verloren. Ey, komm. Oh, fuck, Alter. Ich hätt mich mal hinlegen sollen. Findlegen. 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 Nicht. Da ist noch einer in dem Haus da. Ein nur Medics. Ja, weil die schwule sind. Bring ihnen die Tickets. Ich finde auch, dass... Der hat dann ein Schwule, Alter. Ich hab mich da wohl. Ich finde auch, dass es die einfachste Klasse ist. Mr. Ruby. Boah, ja. Lass mich doch spawnen, ey. Ja, es ist so. Die spielen Sannis, weil du damit am besten schnell killen kannst. Ja, weil ja. Aber, ja. Die Waffen für die Sannis einfach zu oberpowert sind. Ja, das ist ja glaube ich ja auch mal egal, aber... Ah, von hinten. Pass auf. Das Ziel Charlie wurde neutralisiert. Scheiße. Kommt wieder zu D. Oh, ja. Die hauen dich so weg. Die werden angeschossen. Du schießt die. Triffst die. Und die hauen dich trotzdem weg. Und gucken die anderen blöd an. Wie viele Tickets haben wir nur noch? Okay. Dann haben wir gleich vergeigt. Oder schaffen wir die Wendung noch? Der Ticket ist verloren. Granat ukidao! Aber wieso immer von... Wie können die ständig von hinten kommen? Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Penis-Tensor oder so. Die... Penise. Jawoll! Was geht denn jetzt noch ab hier? Schön auch zum Schluss eher einen reinkoffern. Den habe ich von der hinten weg gehört. Der wohnt in der 4. Ich bin vom Kott geschossen. Das ist ja dämlich. Also Ziel Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ich bin Sanitäter. Ich bring dich wieder auf die Beine. Boah, verpisst er sich. Fick Arsch. Hab ich doch gekriegt. Schön wird ein Pummo geschossen, ey. Haha. Passt rechts im Wald auf. Wir können die Wendung noch schaffen. Wir müssen nur mehr Flaggen halten. Schiff 50 zu 74. Das können wir noch schaffen. Schön, schön drücken bei E jetzt. Drück bei E, ich laufe nach F. Jawoll, sehr schön. Ich komme jetzt noch bei F. Schiff 50 zu 74. Oh, okay. Hat mich einer gesehen? Hab ich schon. Kannst du bei mir einsteigen? Das ist ein Bunker, einer. Durch. D wird eingenommen. Ich sprom bei D. Den habe ich auch noch. Sauber. Wir haben gerade die Kontrollung bei Einsatzstil Nessertarrohr. Oh, die Bunker! 3940. Kommt mir jetzt hoch. EG. Einsatzziel Bravo wurde gerade neutralisiert. Einsatzziel Bravo wurde gerade neutralisiert. Hilfe! Einfach mehr halten wie die... Genau, das sind wieder zurück. Ja, da. Oder wegballern. Ja, aber das ist die... Flaggen gehen ja auch nicht. Plötzlich deiner Position scheint feindlicher Scharfschütze zu sein. Oh, überall stehen sie, ey. Wo jetzt hin? Ja, D-U-C können wir doch schon. Boah, er wusste ja, dass er sich da hockt. Das kann der gar nicht gesehen haben. Ja, das ist so ein Scharfschütze von oben auf dem Scharfschütze. So ein Penner von hinten, ey. Von hinten, ey. Von F. Ich schau mal hin. Ich weiß sie. Den Baff, ey. Ach so, der ist schnell wegs-faktlos. Einfach rennen und schnell nach links oder rechts und dann einfach rennen. Dann ist das, wenn sie schnell weg. Das werden wir so nicht mehr packen. Nein. Und neun Tickets. E wird auch schon wieder eingenommen. Schadier. So, wir haben von oben. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Haut rein bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Sessions wieder mit dabei. Also, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.